Hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Ja, 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 ich möchte das sehen. Mitgehen. Oh man, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Life is Strange. Wir sind jetzt hier endlich, endlich sind wir reingekommen, nachdem wir Victoria eigentlich, Victoria, diesen Riesen, also ihre Klamotten halt komplett ruiniert haben. Ich meine, da ist jetzt, da ist jetzt Fensterfarbe drauf. Und sie ist nass und eigentlich hätten wir uns über sie lustig machen können. So, ha, ha, guck mal wie du aus siehst, siehst ja aus wie ich, nicht. Letztens haben wir gesagt, na, das ist ja echt doof und so und dann, das war anscheinend ganz gut. Weil wir sind ja auch nicht so gemein. Auch wenn sie es bestimmt ein Stück weit verdient hätte, aber nicht von uns. Red rum. Oder rückwärts gelesen. Mordär. Mörder. Steht da. Look at this. Warum? Das haben wir schon gelesen, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. I'd love to make a photo collage of every person who've posted these. Even under 21, you can still learn how to operate firearms from AK to Zadrovga. Your guns use very fun, safe, perfect plastic replicates. Stop by our... Oh, 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 oh. Vor? Ah, vor, best demo. Das A sah ein bisschen aus wie ein und-Zeichen. Das vor sah ein bisschen aus wie P irgendwas. Ganz komisch. 10 a.m., 2.05 p.m., Monday to Saturday, 174, Hemingway, ignore big dogs. Young guys and girls from Blackwell get 20% discount. Ah, gut. Nehmen wir mit. Ich sag jetzt immer nix dazu. Okay, was ist denn hier? Juliette, read this week edition of Blackwell Totem. Juliette, extreme reporter. Ein extreme reporter, okay. Ein Poster. Look at this. Nice atmospheric shot. Needs dusting. Mhm. Ich dachte jetzt zuerst, das wäre irgendwie vor der Schule gewesen, aber das macht das Reh keinen Sinn. Nice. Here's the bathroom. Für Frauen, Jungs nicht erlaubt. Oh, Feieralarm. At least that's an alarm from this century. Mann! Jetzt, okay, gut. Okay, wir können da nicht rein. Missing-person-Poster haben wir schon oft genug gelesen. Schau was. Ich liebe uns nicht, warum man... Max kann da nämlich nicht drüber steigen, weil sie nicht so die Beine so hoch bekommt. Jetzt lass sie eigentlich mal nach Hause gehen. Hier an unser Räumchen. Wir sind bestimmt irgendwo jetzt hier nicht. Geht. Max Room. Slide. Da steht nix dran. Okay. Oder was? Können wir da was dran schreiben? So von wegen... Yo, yo, yo. Gibt's was wirklich in den Studentenbleiben? Oder fehlt ein Auge? Da ist ne Gitarre. Die sieht gut aus. Schöne Wässer. Home sweet home. My favorite cocoon. Nice. Sieht cool aus hier. Bisschen klein, aber... Oh, ist okay. Hier kann man sich dann schön hinsetzen. Ach, ne Mail von Magen kann man später lesen. Ähm... Was ist das für ein Laptop? Welcher Hersteller ist das? Rock. There is my poor laptop begging me to check in. You still laptop. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Sucht... Also so gefühlt zumindest. Sucht besser nicht nach dem, was hier steht. Bei Google. Oder sonst irgendwo. Ich glaube, da kommt ihr auf irgendwas anderes, nur nicht auf verschiedene Fotokameras. Okay. Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend. I also have a rather electric collection of TV cult classic and fucked up films on a fat flash drive for you if you ever want to check them out. Thanks again for the help. I'm a scientist more than an artist. Now, can you quickly explain to me how a camera works? Peace seeing you. Warren G. Das ist der G-Punkt. Ha! 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 Das war doch gut, oder? Können wir die zweite Mail lesen? Me and Ad? Wow. Also, kann man nicht... Gut, okay, wir können... Wir haben zwei E-Mails, können aber nur eine lesen, weil... So, Webmail. Ohne URL und so. Schicker, schicker, schicker Chrome. Das ist ganz gut. Adblocker ist da an. Das kann ich nicht unterstützen. Nein, ich drück... Oh, puh. Mom has uns eine SMS geschickt. Happy Birthday, Maxine. Hm, 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 hm. Max, your principal sends me an E-Mail saying that you told some tall tales about a Maxwell-honored student. Is that true? The principal said. This was a serious false charge and that he is worried you are telling stories. Call me as soon as possible so we can talk about this mom. And I can see my well-in-asch-ficken-gen-die-bye that's it. Und das ist das, was tippt. Da ist mir ein Fernseher drin, ne? Oh, ne Klimaanlager. Window. Look out of the window. If I'm not looking through a viewfinder, I'm looking through a window. Always looking. Ey, da ist ein Bärchen. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. Oh mein Gott. Wir haben den Pflanzer gewässert und das wird Konsequenzen haben. Krass. Sticky note. Look at that sticky note. What's up? Looks like Dana left me a little post-it note. Ich kann's nicht lesen. Das ist eine merkwürdige Schrift. Hey girl, I borrowed you drive so I can watch some flicks while I study. If you need it back, just track me down on my room. XOXOD. Das ist bestimmt ein Rapper. Oh, da ist noch ein Note. Warum könnt ihr irgendwie so rein? To max. For all whom it may concern. The cinematic contents of this flash drive are of a graphic, life-altering, controversial nature. This... Oh, ich... Soll ich das wirklich alles vorlesen? Oder wollt ihr das selber lesen? Schreibt das mal in die Kommentare, wie euch das lieber ist. Soll ich das so vorlesen mit so meinem halbenglisch Wissen? Oder soll ich danach bloß sagen, was ich darüber denke? Oder soll ich das direkt skippen? Peace, friend G-Punkt. Der gute G-Punkt hat uns meine Nachricht hinterlassen. Wie kommen die hier fucking noch eins in das Zimmer rein? Ohne Schlüssel. Cookies! Let's take a cookie. I love that mom sent me a fat box of chocolate-coconut bites for my birthday. And slipped in a $200 gift certificate. She sure knows how to make a sad birthday happy. Voll cool, Alter. Über so noch mega fette Kicksbox und dann noch $200 drinnen würde ich mich auch freuen. What's that? Happy birthday, Maxine. It's your special day. We love you. Your mother and father Double Axe. Sonst ist da nichts drin? Okay, gut. It's not exactly pretty and pink, but no shit are given. I like my wardrobe. Okay. It's your style, Max. It's your style. Let's play some guitar. Was vorhin noch stimmen? Mal gucken, ob die noch stimmt. Die sieht nicht von größter Qualität aus. Ich höre es nicht. Ich höre es auch nicht. Fall zu leise. Das hat nichts gebracht mit dem lauter machen. Es tut mir leid. Das ist ein Soundeffekt, wie es aussieht, die ziemlich leise sind. Wow, was eine fucking Wand mit Fotos. Wow, cool. Okay, genug gespielt, Max. Okay, das hat also nichts genützt. Wir machen die Musik ein bisschen wieder leiser. So, exit. So, jetzt gehen wir mal zu Dana. Leave the... Deine eigene Ruhe. Boah, ernsthaft. Was ist hier los? Welcome to the real drama queens of Blackwell. How stupid. Answer you, what? Ugh. What? You are ridiculous. Was ist hier los? Was ist hier los? Is everything cool? Oh, yes, Max. Irgendwie ist es egal, was sie gemacht hat. She's your friend. Friends don't sex with their best friend's boyfriend. No, probably not. How did you find out? Uh, why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Juliet, ähm, Patson. Klingt gut. Juliet, Pats. Juliet, Patson. That was really sad. Thanks for your concern, Max. Caulfield. By the way, Juliet Watson. Boah, wie kann man denn Watson heißen? Ja, warum kommt da oben diese... Man, das ist mir schon klar, dass ich zurückspulen muss. Boah, ihr volle Jungen. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room, because... No, I'm not... She's your friend. Friends don't... No, probably not. Uh, why do you care? That's why I'm talking to you. What's my last name? Juliet Watson. Uh, I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Just because I don't talk a lot doesn't mean I don't care. So, how did you find out about them? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria. Oh, she saw the text. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. But I said Victoria did. I know who comes in her room. Oh, it's safe by Victoria ins Zimmerchen. Okay. Wo ist in Victoria's room? Wow. Okay. No boys allowed. Achso, das ist in Studentinnen-Bohnheim. Okay, gut. Don't be a zombie. Ja, jetzt enter halt. Wow, krass. Klamotts. Boah, ich sehe schon, ich bin richtig in die Kacke geritten gerade. Ja, Laptop. Use it. I'll give Victoria props for not posting my photo. And for this nice shot. Boom. This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. So sad to inform you that I totally punked Juliet and Diana just now. Man, 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 man. X, X. V, C. Okay. Printmail. Die hat das Missing-Person-Poster hier rumliegen. Was hat sie damit gemacht? Victoria hates Rachel Amber this much. What the fuck? Boah. Ja, legst mir halt haut am Ohr schnell. Also jetzt. Oh nein. Auch nicht Fernsehen geguckt. Doch, komm, lass Fernsehen gucken. Jetzt take this fucking email. This is better convinced Juliet, that Dana is innocent. And get the hell out of here. Leave. Boah shitty shit. Juliet, read this. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No. But I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's Flash drive is on my desk. Yeah, what's denn? Keine Frage. Reingehen. Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Flash drive. Oh, lass das mal angucken. It would be a cool sticker without the words. Ich kann's ja nicht lesen. Wow. You got a fucking email in real life. Lass das Flash drive. Take this flash drive. Must protect my precious, so Max never has to chase it down again. What? Okay. Lass mal mit denen noch sprechen. Okay, Dana. Seriously. Thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Poor Juliet gets her rage on. I hope she doesn't kill Victoria. Zachary should worry too. As if I'd let that ego-case jockstrap touch me. But I bet Victoria would be all over that action. Or has been. Max, you're smart to be a loner here. Though Warren obviously liked hanging with you. Hä? What do you mean? Oh, nothing. When you open the flash drive, didn't you see the special folder called Max? Yeah, okay. I gotcha. Keine Ahnung, was du meinst. Was gut. Die hat doch Röhren für Anseher. Hat die wenigstens auch eine schöne Super Nintendo oder so dran da geschlossen? Nö. Chips daneben stehen. Oh, guck mal da. Krass. Ich guck mich immer und spielen so gerne um. Ist halt voll krass. Ich höre Geräusche. Hier sind bestimmt so viele Zitate versteckt, die ich nicht erkenne. Das wird das Otter-Team. Okay. Gut. Jetzt lassen wir einen auf den Laptop gehen und lassen wir in den Ordner reingucken, wenn das geht. Ja. Enter your room. Jetzt will ich auf Tab drücken, um wie beim Super Nintendo Emulator oder wie bei den ganzen Emulatoren Feuer zu spulen. Ich bin super. Flashdrive. Ja. What? Los, rein da. 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 Geh noch nicht. Kannst du nicht tun. Nutzendern scheint auch Windows 8. Im Jahre 2012. Ist klar, ne? Gut, dann ist es auf zu Warren. Warren Green. Horn. Toilet paper. Look at the toilet paper. Looks like nobody won this TP war. There's nothing left but ghosts. Oh, ja. Warren, was up? Ach Warren, ja, ja. Left mouse button to leave the girls' dumb things. Okay, Leute. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn es wieder heißt, let's play. Life is strange. Wir sehen uns. Macht's gut. Ups. Macht's gut. Bis dahin. Und Chosen hat jetzt gespeichert. Der hat ja gar nicht gespeichert, oder? Fuck this shit. Fuck this shit. Damn, I better rewind. Hä? Warum? Und jetzt? Alissa, move your head. If you insist, Max. Oh shit. Das passiert. Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. Nein. 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 Ich weiß genau, auf was das hinauslaufen könnte. drauf geschissen. Wir stehen einfach daneben und auch freuen uns darüber. Komm, ey. Als ob das ein Ball aus Stein wäre. Mann, 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 ey. Was ist man den Typen? Weißt du? Was bist denn du für ein Arschloch? Kannst du dich mal bitte ficken? Du Spastis. Das Spiel ist voll, voll Spastis. In dem Spiel sind schon mehr Spastis unterwegs, als es auf der Welt in Wirklichkeit gibt wahrscheinlich. Boah, das macht mich aggressiv. Signpost? Signpost? Was? Look at this. Okay, Leute. Also wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn es wieder ist, let's play. Life is strange. Macht's gut. Bis dahin. Und tschau sein. Tschau. Vielen Dank. Vielen Dank.